Ach du Kacke So, jetzt wird's Jetzt geht's scheinbar doch ans Eingemachte Okay So Hätten wir das Das hier müssen wir nicht hacken So, Granaten hätte ich Okay, Granaten sind voll Die Standardmunition ist auch voll Leider haben wir vier Pfeile verprasst Aber Die kriegen wir schon irgendwann wieder Was kann man hiermit eigentlich machen Okay, was haben wir da jetzt Oh Geil, okay Kann man das freischalten Zeigt feindliche Leuchtspuren an Markiert Gefahren Markiert Sprengsätze Ja, das ist doch mal nicht schlecht Ja, da haben wir wenigstens schon mal was Ich glaub, da lese ich mich nochmal ein In die genaue Bedienung von diesem Von diesem Aufrüstfenster Und dann schau ich da mal, glaub ich Später mal Hä, was ist das? Okay Irgendwas Irgendwas ruckelt hier gerade extrem Irgendwas lässt Die FPS sinken So, gut Sehr schön Romeo 1 Der Fulten-Damm läuft vollautomatisch Aber die Generatoren haben Ausfallsicherungen Wenn sie die auslösen, fällt der Strom aus Okay Wird gemacht Scheiße Ah Nochmal Das bin ich doch jetzt Nochmal Jetzt Das geht doch So Das ist doch mal eine Ansage, würde ich sagen, oder? Da unten können wir nicht rein Wir müssen scheinbar da in das Gebäude rein Und so reintauchen können wir nicht Ich schätze aber, wir kommen hier irgendwie rein, oder? Na, das wird auch gehen, oder? So Schauen wir mal Hm, 11 5 Meter Das müsste doch direkt da unten sein Schauen wir mal Schauen wir mal, ob da irgendwo Feinde sind Neues Video Aber Feinde scheinen hier keine zu sein Zumindest noch nicht Vielleicht wissen sie einfach nur nicht, wo wir sind So, nehmen wir das doch auch mal mit So Gut So, Nummer 1 ist also down Drei Drei Vier Selle Eingreifteams nähern sich deiner Position Mit Helikopter Was du auch vorhast, Boss Mach es schnell Okay, das heißt Schnell raus hier Ganz schnell Am besten so schnell, dass keiner irgendwas merkt Okay, das war schlecht Das war richtig schlecht So Na auf, komm, lass mich da hoch Geht doch So, jetzt nur schnell hier irgendwo rein So So, auf, komm Los, finde den Kern Da darf jetzt nur keiner drin sein Sonst wird es Probleme geben Ich glaube, da mache ich erstmal einen Schalldämpfer drauf Wo habe ich noch irgendwas Ist da auch ein Schalldämpfer? Ah, da habe ich leider keinen Schalldämpfer So, passt aber schon Äh, ich glaube, ich nehme statt Ach so Die Chor haben wir also immer dabei Na, das ist doch geil So, jetzt können wir doch hier eigentlich rein theoretisch schon Die Turbine auch noch ausmachen Wow Wow So, jetzt auch Romeo 1, Self-Energieausstoß bei 65% feind Mission erfolgreich Weiter zu Delta Bewegung Na geil Ich habe noch eine andere Idee Ich denke, sie wird ihn gefangen Okay, jetzt bin ich mal gespannt Was der für eine Idee hat Kann ja nur geil sein, ne Was redet er denn? Da ist doch keiner Ich muss den Helikopter da irgendwie down machen Auf, 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 auf Ich sehe dich Nein So, das fällt jetzt extrem Kacke Auf, jetzt schnell Oh, das wird eng Wo muss denn hin? Wo muss denn Anish hin? Ich muss da runter irgendwo So Romeo 1 Wir haben ein Zeitfenster von 60 Minuten Für das Primärziel Wow Nein, 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 nein Der will das alles hier jetzt sprengen, oder was? Ach, du heilige Kacke Kacke Das hat er letztlich endhaft gemacht Wow Oh, oh Wenn es dir gefallen hat Lass den grünen Daumen da Und schreib mir deine Meinung in die Kommentare Um mich zu unterstützen Ich zähle auf dich Und bedanke mich fürs Zusehen Bleib dran Bis dann 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 Bis dann